Tag Leute, da sind wir wieder in YouTubers Live und guckt euch mal an, wie dieses Spiel ankommt, ey. Ich mach gleich noch eins hinterher, glaub ich. Schieb ich gleich nochmal Olympic Disco hinterher. Olympic Disco Gameplay. Und mir fällt direkt ein Negativpunkt dieses Spiel auf. Das Spiel ist unglaublich gut, wirklich. Machen wir mal das Musik-Intro hin. Aber ein großer Schwachpunkt ist, dass es ganz oft abstürzt, wirklich. Your base was destroyed while attacking an enemy. Murderous look, auf jeden Fall. Auf jeden Fall den Murderous look. You found a hidden item. Funny comment. Ah, da hätten wir Happy nehmen müssen, da hätten wir Happy nehmen müssen, ja. Time before starting a game. Singing comment. Schade. Hätten wir da vielleicht Serious nehmen müssen. Aber so schlecht bin ich, glaub ich, gar nicht im herausfinden, was da hin muss. Ah, vielleicht machen wir das. Ah, nee. Ah, doch. So rumtauschen, passen die nämlich beide. Das ist gut, das ist gut, das mach ich. Nein, da nehmen wir das. Nein, da nehmen wir das. In Soft Focus, mein ich. Wieder 32 Stunden, bis das Video auf YouTube ist. Aber das sind wir inzwischen gewöhnt. Hier, diese Leitung ist unmenschlich gut. Deswegen passt es so. Und dann gehen wir mal schlafen. Und nachher lernen und essen. Damit wir auch ein A in diesem Test bekommen. Jetzt gehen wir mal schön lernen. Mein Freund. Oh, das Video kommt so geil an. Das ist unglaublich. Wie das abgeht, das Video. Die Schmitzkatze. Greeting with an impressionation. Alles klar. So, und hier sehen wir Olympic Disco Gameplay. Hier ist es plötzlich abgestürzt und dann wieder hochgeschossen. 198 Likes und 3 Dislikes. Wahrscheinlich irgendwelche dummen Hater. Hier. Who edited this video? It's so bad. Batman. 1000 Subscribers und 12.000 Views. 16.000 haben wir da durch dazu bekommen. Was ein geiler Scheiß. Und wir haben 207.000. Äh, 207. Dollar. Nein, ich möchte nicht chatten, Bella. Ah, was mich daran erinnert. Dass wir unsere Freundin noch lange nicht mehr getroffen haben. Wie wär's denn mal? Ah, da ist die Mutter dran. Schimpfst. Sag mal, was willst du eigentlich, Mutter? Ich bin doch auf A-Kurs. Nein, ich bin nicht auf A-Kurs. Geh lern. Ich möchte auf A-Kurs sein. Ich möchte auch Jahn A-Kur. Ein A-Krisch in der... Wie viele Abonnenten wir dazubekommen. Das sind so richtig crazy. Haben wir A? Wir haben auch noch nicht A. Aber warum haben wir denn nicht A? Wir sind doch ein Helko im dunkelgrünen Bereich. Geh lern. Ich möchte A-Kring. Der soll hier auf das beste Feld alles voll haben. Also mach. Haben wir das jetzt geschafft. Und dann geht er halt noch mal leeren. Ist mir doch egal. Haben wir noch nicht geschafft. Also gehst du noch mal leeren. Es ist mir so scheißegal. Du gehst jetzt noch mal leeren. Du gehst jetzt leeren. Bis du dieses blöde Ada stehen hast. Das wäre aber auch mit der Hand immer durch die Wand durchgeht. Guck dich das mal an. Da geht mir die Hand immer durch die Wand durch. Und die Tür geht von Geisterhand auf. Als wäre er Yoda oder so etwas. Study. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ich hoffe jetzt haben wir es. Mit dem einen. You're losing subscribers. Ich habe doch sogar ein Video. So jetzt haben wir es. Dann kann ich jetzt ein Video machen. Wieder von diesem Olympic Disco Teil. Das ist so ein vieler Scheiß. Das bringt uns so krass viel. Richtig geil. Create Video. Das haben wir hier. Dancing greeting. Aber hier haben wir jetzt das Series greeting. bei Start Recalling. The Game Hangs Up. Series Comment. Schade. Ich werde jetzt ausgerastet. Wie gerade als das Spiel abgestürzt ist. First Game Learning How To Play. Happy Expression. Sehr schön. Passt. Epic Game. Singing Comment. Sehr schön. Also es hat fast alles gepasst. Nehmen wir natürlich das Start Teil. Dann nehmen wir. Ich glaube dann nehmen wir erst das und das. Und dann zum Schluss das. So machen wir es. Und dann hier noch. Soft Focus dazu. Sehr gut. So wollen die das. Olympic Disco Gameplay. Die dritte. Und wir sind hier im A-Kurs. Von daher. Oh wir können Vlogs machen. Wie kann man Vlogs machen? Wie geht es? Wie kann man Vlogs machen? Wie macht man das? Kann ich das hier schon? Gaming. Examen. Jetzt geht es zur Prüfung. Wir können unser A abholen. Ich freue mich. Ich freue mich. Und A. Wie. Excellent. Ich glaube B ist brilliant. Ich weiß aber auch nicht. Sicher. Und wir haben jetzt erstmal schön viel. 50 Dollar dazu bekommen. Wegen der. Wegen dem A. Very nice. Very nice. Du kannst gerade noch mal arbeiten gehen. Bevor du dich ins Bett legst. Und schläfst. Na kannst du dann schlafen gehen. Erstmal kannst du jetzt noch Autos waschen. Und woher nicht. Der ist unglaublich müde wie ich sehe. Mehr views. Mehr Abos. Mehr. Das Video oben. Hey. Die zweite Slacks. I can't. Bella. Bella. Diese blöde. I can't believe that a self-proclaimed YouTuber is this bad editing. Sag mal hast du englisch shit. Ist this video for real? Dear God. It's bad. Ja Carly. Und hier hat sich einer zwei Kanäle gemacht. Um mich zweimal zu liken. Das ist doch super oder? Dies gefällt mir. Wenn man sich so viel Mühe macht. Wie der immer so krass einatmet ey. So. Dann ist nochmal was. Und dann kannst du nochmal das letzte Video zu. Das schon vom 14. Januar. Dann gehst du besser nochmal shoppen. Und gucken mal ob es noch was Neueres gibt. In 308 Dollar. Ich meine. Hallo bitte. Wir haben Geld bis zum Abwinken. Können wir ruhig nochmal was ausgeben. Ausgeben. Und 21 Glübeln. Das ist echt gut glaube ich. Ich glaube damit kommen wir wirklich weit. So. Dann gehen wir nochmal auf. Amazing. On. Amazing on. January 2nd. Es gibt nichts wirklich neues, besseres. Hier haben wir Counter-Streak noch. Also auch nicht besser als nur neuer. Olympic Disco ist aber nicht mehr so gut. Wir sollten dann wenn jetzt League of Giants spielen. Olympic Disco ist jetzt nur noch Mittel hier. Wir könnten nebenbei auch mal gucken. Gehen auch mal hier zum Shop. Aber diesmal bitte in den All Consoles Shop. Wir hätten ja theoretisch genug Geld für ne neue Konsole ne. Könnten uns hier die Play Studios 2 kaufen. Das ist die Honey Play Studios. Also die Playstation 1. Und das ist die Playstation 2. Und deswegen kaufe ich die Playstation 2. Ist ja klar. Hier haben wir die Xbox 1. Äh Xbox halt. Ich weiß nicht wie die heißt. Aber ich hole mir die Playstation 2. Easy. Kostet ne Tonnen an Kohle. Aber ist mir scheißegal. Show Results. Sehr schön. Ich muss noch ein neues Video machen. Olympic Disco. League of Giants. Locker. Noch ein Gameplay zu League of Giants. Das sechste inzwischen. Views. Abos. Really nice. You start recording. Intro with logo. Ich merke gerade unser PC ist kaputt. Der geht so schnell kaputt. Ey das ist unglaublich. So schnell geht am PC nicht kaputt. Loading Screen with advice. Off-topic comment. Und dahinten steht die Mutter. You overcame an easy challenge. Happy expression. Nice. Und the gaming's up. Serious comment. Schade. Murderous look wahrscheinlich eher. Nee. Da packe ich den hin. Nee da packe ich den hin. Genau so machen wir's. So machen wir das. Das League of Giants Gameplay. Da ist die Mutter. Und da ist unsere Playstation 2. Die Mutter schreit uns an, dass wir nicht genug gelernt haben. Och Mutter. Test ist doch erst. Ist doch noch ein Stückchen in der Test. Nein Bella du hast mich gedisliked bei dem Video. Als ob ich mit dir chatten möchte. Was willst du eigentlich noch? Kann der Typ mal kommen? Dankeschön. In der Zwischenzeit kannst du ja mal arbeiten gehen. Als Auto. Waschtyp. Autowäscher nennt man das auch. Denk ich zumindest mal. Aber wie der PC auch noch hochladen kann. Ich soll nochmal ein Video aufnehmen. Jaja. Krieg ich schön viel Asche für. Von daher mach ich das. Caitlin. Do you wanna talk? Computer is working. Da ist das Spiel. Kommt Caitlin jetzt oder nicht? Ich glaub nicht ne? Chief Game. Wofür ist das? Das ist für den PC. Counter Streak. Das soll ich für den Spielen ne? Das ist doch Counter Streak oder? Was ich für den Spielen soll? Mal gucken. Äh Counter Streak. Ja. Gut. Dann spiel ich ja mal Counter Streak für ihn. Das ist auch echt gutes Spiel wie es aussieht. Ein Alke Fresse Hausspiel. Wie es aussieht. Also einmal zocken. Loading Game. Wait hello. Hi. I'm. Cody. Normal Game. Da nehmen wir dann den Professional Comment. Locker. Lockisch. Logisch. Interactive Loading Screen. Serious Comment. Und sehr schön. Heute bin ich aber echt auf dem Run hier. The Gaming's up. Kann ich nicht mehr machen. Also belassen wir es bei dem hier. Nehmen wir es so. Dann kann ich noch dazu nehmen den Soft Focus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und jetzt muss ich schlafen. Ich würde auch gerne mal Spiele für die neue Playstation 2 haben. Wovor habe ich sie sonst gekauft? Deswegen kannst du jetzt einmal shoppen gehen kurz. Und dann einmal essen. Damit du wieder voll bist. Und dann kriegst du auch noch ein paar Bierchen dazu. Computer ist working. Ach ja, stimmt. Mann, komm, das geht ab. Oh, fuck. Drei Dislikes. Äh, kann das Street Gameplay. Jaja. Lädt auch schon hoch. Und die Game World. Und das zählt den Test. Leute. Jetzt bin ich voll überfordert. Ja, dann geh noch mal kurz leeren. Dann ist der auch gleich fertig mit dem Hochladen. Bitte, bitte, bitte. Gerne, gerne, gerne. Shortcomment. Jaja. Da kommt alles rein, wie man sieht. So. Go Shopping. Einmal ganz kurz. Und zwar bei Amazing On. Jetzt sehen wir uns für die PS2 ein cooles Spiel. Hier haben wir eins vom 30. Dezember noch. Sehr alt. Aber hier haben wir ein gutes. Dann kaufe ich das doch gerade mal. Ein gutes Spiel für die PS2. Äh, bye. Okay. Also das neue Spiel angefordert. Put a game in your life. Jetzt haben wir Level 7. Wunderbar. Und ein neues Teilchen. Damit, was machen wir jetzt? The views of a game increases. Put a game in's lapadores.